Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu, aber Kate hat recht. Jemand wollte Aaron angreifen. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Ich hab ihn gesehen. Im Dunkeln? Meinst du, ich denk mir das aus? Beruhigt euch. Okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar. Und er tritt von der Bühne. Unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Was tut er da? Warum? Charlie, denk nach. Und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich mein doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Sorry. Mag verrückt sein. Aber wenn Aaron sagt, er war jemand, dann glaub ich ihr. Wir sind hier nicht sicher. Es war nur ne Puppe. Du denkst, ich lüge? Echt jetzt? Naja, vielleicht weißt du nur nicht, was du im Dunkeln gesehen hast. Und ob ich das weiß? Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon nen Plan. Wir verschwinden. Jetzt, hör mal. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde die Met suchen und dann alles aufklären. Es wird alles wieder gut, okay? Und wir bekommen unsere Aufnahmen. Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du, du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Demet ist weg. Das hab ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Warte. Musst du gehen? Wir sind gleich zurück. Versprochen. Bleib einfach, wo du bist, damit ich dich finde, okay? Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate. Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Aaron hat jemanden gesehen. Okay, hast recht. Sorry. Charlie hat gesagt... Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Kannst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ich will keine Zeit vergeuden. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Wir kommen zurück. Versprochen. Lass sie doch nicht alleine da. Nehmt sie doch wenigstens mit. Nein, nicht. Warum? Sorry, ich... dreh noch durch. Könntet ihr sie auflassen, damit ihr mich hören könnt? Natürlich. Das glaube ich da jetzt nicht. Wieso haben sie sie denn nicht mitgenommen? Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumette? Ich suche nicht nach Dumette. Ich checke Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Alter. Dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Ach, Arschloch. Wo sollen wir jetzt hin? Was? 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 Was ist denn hier? Was ist hier passiert? Ich... Keine Ahnung. Das ist das, was wir schon gelesen haben, ne? Hat da jemand noch was für mich? Ich frag mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo Dumette ist. Ne, das ist dasselbe. Ne, okay. Das haben wir schon gelesen. Der Hausmeister vor allem. Der Hausmeister. Oh, er kann ja anscheinend durch alle möglichen Sachen zu Tode kommen. Das ist ja wunderbar. Was kommt denn da noch alles? Was erwartet uns denn? Äh, was? Was? Was zur... Was, was? Was ist denn? Was ist denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Ja. Mhm. Okay. Und im Gästebuch hat sich auch nichts geändert, ne? Ja. Ne. Dass ich wüsste. Okay. Gut, dann... Hier ist zu. Hier ist die Rezeption. Was ist denn hier noch? Wer macht? Du hast doch hier so ne... Genau. Hier ziemlich alt aus. Mr. Hector Monday, 194 Montgomery Road, Silver Spring, MD, 20995, 10. August 1992. Sehr geehrter Mr. Monday, vielen Dank, dass Sie Twilight Prairie als neues Zuhause für Ihre Mutter gewählt haben. Lucinda lebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, Sie möglichst häufig zu besuchen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Linda Price, Geschäftsführerin. Hm. Ich denke da an eine Szene, die hatten wir in der, ich weiß nicht, zweiten, dritten, vierten Folge. Ich hab keine Ahnung. Da war von hinten so ne Oma zu sehen, ne? In so nem Schaukelstuhl. So ein bisschen wie Psycho. Die halt darum gemotzt hat, dass man ihr nichts gesagt hat oder so. Es erinnert mich tatsächlich gerade sehr an Psycho. So, und jetzt reden die hier von einer Mutter, die in ein Heim gekommen ist. Ja. Wir werden es vielleicht noch erfahren, was mit der Oma da passiert ist. Okay. So, welche Tür kann man denn hier benutzen? Hier? Nein, die ist zu. Muss ich hier noch irgendwas finden, suchen? Und hier ist noch was. Ja. Schön. Das ist ja schön. Hier könnten wir durch. Nein. Okay. Ja. Verdammt, ich drehe durch. Das ist nur Blut. Nur Blut? Machst du Witze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg. Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat die Matt oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Ja. Vielleicht unser Abendessen? Klar, um das dann auszustopfen. Vor allem, da ist auch eine Kamera, oder? Da ist auch eine Kamera, Leute. Seid ihr denn blind? Oh, ich hasse sowas. Vor allem hätte ich ja jetzt mal als Produzent hier mal eine Kamera in die Hand genommen und hätte das vielleicht mal gefilmt. Weil es ist ja, selbst wenn das jetzt harmlos wäre, wäre das ja genau der Stoff, den die brauchen würden. Aber hey, was soll's? Wir gucken mal im dunklen Flur nach der dunklen Kampel. Oh Gott, das ist... Leute, das ist so offensichtlich. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Ach, das ist ein Lautsprecher zu sein. Präsentiert von Grantham de Matt. De Matt? Was? Das ist ja nicht weg. Nee. Okay, ist keine Kamera. Sorry, sah so aus. Die wäre auch sehr groß gewesen. Ja, dann gucken wir uns mal um in der Horrorshow hier. Gott sei Dank müssen wir nicht mit dem Mikro jetzt hier durchrennen. Das war gruselig. Hm, schön hier. Ach, guck mal. Ach, herrlich. Ich guck erst mal hier. Die Arie, die da gesungen wird, ist die Arie meiner Nerven gerade. Lohnt sich halt immer, ne? Ich lernte Agent Monday am 12. Oktober 1997 am Flughafen O'Hare kennen. Ich hatte den Auftrag, ihn dort abzuholen. Ich war ihm schon bei einem Vortrag über kriminelle Verhaltensmuster begegnet, der einige Wochen zuvor hier in Chicago stattfand, aber sicher hat er sich nicht an mich erinnert. Ich war ziemlich nervös, unerfahren, wie ich war. Ich hatte gerade erst meine Ausbildung beendet und jetzt sollte ich für diesen berühmten Profiler den Chauffeur spielen, der gerade den Fall in Arkansas gelöst hatte. Sämtliche Zeitungen waren voll davon. Mein erster Eindruck war, dass er... Das er... Das er... Moment, gibt's denn hier noch was anderes? US-Justizministerium Federal Bureau of Investigation Washington D.C. Internes Memo. Datum 9. Oktober 1997. Mhm, mhm, mhm. Unsere Hilfe... Also das ist an Sir Hector Monday von Assistentdirektor Chester Bell. Chester Bell. Meine Güte. Chicago Killer. Unsere Hilfe wird in Chicago benötigt. Sie haben einen potenziellen Serienmörder. Bisher zwei Opfer und weitere werden erwartet. Nach ihrem Erfolg im Fall Sherman möchte ich, dass sie morgen dorthin fliegen, um Nachforschungen anzustellen. Ich weiß, dass sie kürzlich einige Zeit dort verbracht haben, um bei der Profiling-Schulung zu helfen, sodass die örtlichen Ermittler sie mit offenen Armen empfangen werden. Sie werden sie bei ihrer Landung in O'Hare umfassend informieren. Mhm. Mhm. Okay. Die Namen kann ich mir immer noch nicht alle merken. So, hier können wir nicht lang. Okay. Gehen wir mal der schönen Musik hinterher, ne? Was ist das denn hier? Warum habe ich das in dem Himmel nicht gesehen? Münzchen? Oh, das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut. Da hat bestimmt nur ein totes Tier hier lang gezerrt. Leute, 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 Leute. Was tut ihr? Oh, ho, ho. Ah, wundervoll. Und sie gehen einfach weiter. Sie gehen einfach weiter. Nachdem sie das hier alles sehen, gehen sie einfach weiter in ihr Verderben. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und sie sagen auch nix dazu. Keiner sagt so, was sind das für Geräusche? Wer, äh, wer hat hier Höllenqualen? Nein. Wir gucken uns einfach gemütlich im Staub um. Und, oh mein Gott, ich will da nicht rein. Okay, was soll's. Hey. Hörst du das? Was ist das denn? Geht's ihnen gut? Was zum Teufel? Stopp! Da! Was ist das? Das ist eine Druckwelle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Lass ihn doch. Alfa! Bitte! Alfa! Das Phantom der Oper. Alfa! Jamie? Mich? Ich darf! Oh mein Gott! Shit, nimm meine Hand! Komm schon, verdammt! Scheiße! Was hab ich getan? Ja, weg hier! Wer war das denn? Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Scheiße, du brauchst nicht rum! Verarschst du mich? Wir sitzen fest! Himmel! Sitzen fest! Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten! Tür eintreten! Warum? Was ist denn Gitter vor? Warum? Ja, keine Ahnung! Was war das denn? Hast du ein Kristall gefunden? Mach das nicht! Und mach dich nicht lustig! Sorry, weh ja nicht, dass du dich schneidest! Der Stein ist höllescharf und... naja, super magisch! Es ist ein Amethyst! Er beruhigt, indem er einen mit schützender Energie umgibt! Ja, ich weiß! Bezeichne ihn dann nicht als Stein! Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen! Vielleicht hast du recht! Aber du musst deshalb ja kein Arschloch sein! Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd! Tut mir leid! Schon okay! Das ist weder die Zeit noch der Ort und... Ich muss dir was sagen! Okay! Du hast den Kamera-Job erwähnt, den ich abgelehnt hab! Ich hab dir nie die Wahrheit gesagt! Worüber? Es war kein Job! Nicht! Wirklich! Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut! Bildende Kunst! Er wollte einen Partner! Das ist dein Traum! Ja! Es gibt keinen Cent zu verdienen, also dachte ich... Du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn! Denn das wär's! Provokant oder verwirrt? Hier! Wieso hast du es nicht gemacht? Und mir nichts gesagt? Die Dinge wurden schon hart für uns! Nein, 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 nein! Gib mir nicht die Schuld daran! Das warst allein du! Ich weiß! Ich hab es abgelehnt, weil es... It would have taken me away from you! Alter, warum? Das ist so blöd! Überrascht, darüber hab ich nicht nachgedacht? Oder hier... Ja... Ich... 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 Ich nehme an, daran hab ich nicht gedacht! Ich... Wollte... Was willst du von mir hören? Ich hab wohl drauf gewartet, dass sich was ändert! Insgeheim... Hoffe ich's immer noch! Ah, du konntest immer meine Prioritäten! Das hättest du vorher sagen sollen! Ich sag mal nix! Das ist okay! Du musst nichts sagen! Ich weiß auch nicht was! Danke! Wir sollten los! Gehen wir zurück zu Aaron und hauen schnellstens ab! Haben Sie ihn mitgefunden? Charles scheint ganz heiß drauf mit ihm zu reden! Also... Vielleicht! Ja! Die Synchronisation ist wirklich grausig! Immer diese halben Sätze, abgehackte Sätze oder zwischendurch was auf Englisch dann reingeschmissen... Das ist ein bisschen schade! Das ist echt schade! Naja gut! Wie viel reiner Amethyst heutzutage online wohl so einbringt? Hilft Kate während eines ganz Rück-Events? Nimm's doch mit! Jaja, nimm ihn mit! Wir werden wahrscheinlich ein ganz Rück-Event bekommen und können da jede Hilfe gebrauchen! Naja gut! Und ihre Freundin haben sie ganz vergessen, ne? Die hier ums Eck irgendwo ist! Der ist doch weg! Der ist doch weg! Der im gelben Mantel ist... Ja... Keine Ahnung! Der Dumet ist doch weggefahren! Die glauben sich ja untereinander wieder gar nichts, ne? Hier ist alles zu. Oh Gott, nicht. Wir haben sie immer gleich gemacht. Das ist er. Was? Das ist er. Im Hintergrund. Du kennst ihn? Äh, irgendwie schon. Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys mehr nicht. Es war meine Schuld. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen. In der Nacht, in der es passiert ist. Wir wollten was trinken gehen. Auf eine Party. Ich hab verpennt. Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Shelby hat auf mich gewartet. Ich kam nicht und... Da hat er... Da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Kann es nicht sein. Ich muss jeden Tag damit leben und jetzt weiß es jemand. Jemand wollte, dass ich das finde. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Das ist ein mieses Gefühl. Was zum Teufel? Kommt hier rüber. Los! Charlie! Ich kann sie nicht halten. Hör zu. Ihr müsst verdammt nochmal hier raus. Egal wie. Verschwindet von hier. Los! Jamie! Charlie! Was zur Hölle ist passiert? Ich... Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist... Ja, das glaube ich auch. Ah! Bewegt sich nicht! Und was jetzt? Wir sind dummer Arsch! Es muss einen Weg herum geben. Ja, Wartungskorridore. Zwischenräume. Unbedingt. Okay, ja. Sich bewegende Wände. Das erklärt, warum der Flur manchmal so anders aussah. Äh. Ja, dann gehen wir mal weiter durch den dunklen Flur. Scheiße. Ja! Die Show beginnt. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, von wo wir jetzt gekommen sind. Gehen wir das mal durch. Du hast Dumette abhauen sehen. Hat er erkannt, dass hier ein Mörder ist und sich davon gemacht? Vielleicht. Oder aber wir haben Dumette überhaupt nicht getroffen. Also ist er der Typ in der Maske? Das wissen wir nicht. Diese Vorrichtung, das ist ein ganz schöner Aufwand. Das war durchgeplant, von vorn bis hinten. Wir sollten alles finden. Was es noch wahrscheinlicher macht, dass der Typ auf der Fähre gar nicht Dumette war. Ja. Wir wissen es nicht, ne? Aber der ist doch... Ja, ist okay. Wo müssen wir denn langen? Wo sind wir denn hier überhaupt? Oh weia, oh weia. Das ist nicht gut, ne? Hier kann man öffnen. Okay, ich guck nochmal kurz hier. Was hier? Sind wir hier im Kreis gelaufen? Moment, ich guck nochmal kurz. Achso, ich guck mal kurz. Achso, ich guck mal kurz. Was für ein Wichser! Was? Mauer. Los, weiter. Genau wie wir uns. Ich weiß, ich will nicht drüber nachdenken. Scheiße. Und sonst so? Oh Gott, wir fallen bestimmt gleich in irgendeine Falltür oder sowas. Oh mein Gott. Ja, und weil ihr sie nicht mitgenommen habt. Das ist mein kleines Angstlied, damit mir nichts geschieht. Ich guck nochmal kurz hier in das Eckchen. Ne, da ist nichts. Okay. Ja, warum nicht? Oh Gott. Gehen wir mal runter, ne? Oh, was zur Hölle. Ist das ein Kind? Oh, gut. Du hast auch ne creepy Kinderstimme? Ich dachte schon, ich wär verrückt. Wo kommt das her? Hm. Ich guck erstmal hier. Nee, noch ne Münze. Toll. Wofür sammeln wir die nochmal? Gehen wir mal der gruseligen Kinderstimme auf den Grund, ne? Charlie, komm her. Mach mir's auf. Hm? Wo ist mein Dick? Ich will mein Dick. Hast du gesagt? Nein. Da geht doch nicht ernsthaft jetzt einer von denen rein. Und keiner bleibt an der Tür stehen. Warum? Warum denn? Wir sind in einer verfluchten Matroschka. Was? Eine russische Matroschka. Also, eine Puppe, in einer Puppe, in einer Puppe. Drehst du langsam durch? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir sind hier eingesperrt in der Küche eines Hotels. Gestrandet auf einer Insel. Selbst wenn wir hier rauskommen. Wie kommen wir aus dem Hotel raus? Genau. Oder von der Insel. Vielleicht sollten wir eins nach dem anderen angehen. Zuerst derer. Du hast recht. Natürlich. Es ist gleich kalt. An der Tür stehen bleiben können. Was ist das denn? Und das schreckt sie auch nicht, ne? Ich guck mal hier kurz um die Ecke. Ah. Natalie Morello. Da hast du wohl recht. Hm. Könnte sein, ne? Das ist ja wunderbar. Hier, Schweinskopf-Sülze wird hier hergestellt. Auch schön. Ja. Gehen wir mal raus. Charlie. Die führt vielleicht raus. Vielleicht. Guck. Vielleicht auch in den Tod. Die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Zurück. Das habe ich nicht erwartet. Ja. Jamie. Was denn jetzt? Oh no. Ja. Ja. Oh no. Charlie. Scheiße. Zieh. Vielen Dank.